Jungs, morgen ist ein besonderer Tag. Wir warten wichtige Gäste. Da bin ich auf die Hilfe der Besten angewiesen. Deshalb werden wir heute die Sprinter auswählen, die mich morgen begleiten werden. In den Diste? Beginnt euren Arbeitstag. Es ist eine spezielle für die Chilische Kinder. Und meine Mutter? Sie müssen auf dem Weg gehen, sicher. Er ist verletzt worden. Pablito. Wir glauben, dass ihr und ihr Kind, sie haben, diese Möglichkeit zu sein. Er weiß nicht, dass wir ihn verletzen. ¿Dónde es el mejor lugar para darle? La cabeza. ¿Piensas que no quiera más a él que a ti? No se preocupe, Don Paul. No va a pasar nada. Nunca. Vamos a ganar. Sin los alemanes nosotros no tendríamos ni aspirina. Pero yo no puedo hacerme la ciega. ¿Sabes por qué me dicen... Tauerung? ¡Dos de campos! ¡Dos de campos! ¡Dos de campos! Significa tío permanente. Porque siempre estaré con ustedes, incluso después de morir. ... Amen.